Hallo! Ich hoffe, es war jetzt gruselig genug! Ah, hier steht so alle wunderschön beieinander, wisst ihr das? Off to the crematorium! And it burns, burns, burns! Wunderschön geburned! The burn, ever real! Meruke Senpai wird euch niemals noticen! Ja, wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das an? Ich habe auf der anderen Seite nur drüber gesehen? Egal! Egal! Tentakel-Passage! Man kann nicht alles haben! Und die Räume in den Venen sind so... Nein! Dino-Freezer! Ich hätte gerne mal wieder einen Speicherpunkt! Mh... 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 ...Mh... ...Mh... ...Beschen Dynamit... Ey, Walma! Warum hast du Dynamit eigentlich in deinem Körper? Mal so gefragt. Dich! Das macht der Meister schon, weil du in der Mitte bist. Jupp! Jupp! Don't mess mit Millennia! Noch mehr Spinnen bei Ebron. So sagt man, Millennia ist wieder vorne dran. Ja, sehr schön. Ihr wisst, was das heißt, Leute. Ein bisschen Feuer, Feuer, Feuer! Nein, 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 das ist doch ein Wunderstärkchen, OP, ein bisschen. Jetzt nicht über krass OP, aber hey. So. Hm, hm, hm. Wir haben ja jetzt eigentlich einen Rückweg gemacht, ne? Ich könnte ja nochmal zurückgehen zum Speicherpunkt. Am Anfang. Oder? Ist das überhaupt hier für Rückweg? Ich weiß es nicht. Ich möchte schon gerne zum Speicherpunkt rein und jedenfalls irgendwie hätte ich mir gedacht. Ich meine ja nur. Vielleicht erwische ich hiervon? Zwar nicht alle, aber hey. Da einer da hin wird, ist so ein Büschel mit angekratzt. Oder auch nicht, denn er meint eiskalt zu überleben. Das finde ich jetzt nicht nett von euch. Muss aber Melenia euch hier ein bisschen Feuer unterm Hintern machen, oder was ist los? Na, was ist eigentlich, wenn Melenia was macht? So viel Dynamit. Das ist sogar Optional. Das kann rück... Obwohl. Ah! Rainbow High Heels! Alles klar! Aber hey, wenn jetzt Zeug rumliegt, ist das keine Abkürzung. Gives Warp Evasion? Wenn ihr meint. Für der wegt mich wieder an den Anfang zurück. Vielleicht vorsichtshalber noch mal gucken, wo der eine im Weg mich hinführt. Auf to the crematorium! Bum, 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 bum! Tschüss, ihr Böstenbuben! Böse Böbe! Silent Loot? Äh, lass mich raten. Das kann Gegner verstummen lassen. Ja, Magic Block. Okay, der Weg hier ist optional. Das heißt, das ist doch richtig, wo ich hingehen wollte. Zurück. Alter. Wieso kann ich den? Von hier kann ich den jetzt zur Seite schieben, oder wie? Da brauche ich auch erst so ein Abkürzungsteil. Abkürzungsteil. Sag mir, das führt an den Anfang zurück irgendwo. Oder zum Speicherpunkt. Oder generell irgendwo hin. Please. Pretty please. Ein Larve ist immer nicht drin. Voll gemein! Schon recht gemein. Schwierig, da ist mir das in seiner nicht drin. Wollen wir jetzt mal die Dinos wegfeuern. Dann müsste es eh gleich kaputt gehen. So kann es mir egal sein, dass du hier irgendwelche Magie... Magie Mist versuchst. Jaaaay! Na, vierter Weg zurück, vierter Weg! Speicherpunkt! Also Speicherpunkt! Speichern! Recover! Save! Aber ich habe noch fünf Minuten! Dann machen wir halt wieder ein bisschen Upgrade. Sehr schön! Power Up! Irgendwas schönes. In Büchern könnte ich mal wieder irgendwas... ...HP, ESP, Ration... Weil ihr seid ja eh alle ausgerüstet. Earth Explosion... Fire Explosion... Ein bisschen mehr Damage Output mal. Mehr Mana für Marek... Das war eigentlich auch nicht schlecht. Hat Melenio oder so noch was frei? Nein... Egal... Man kann ja nicht alles haben. Doch, wollen wir aber! Hier ist alles Max... Blizzard... Ah komm, ich werde auch noch voll... Es wäre wahrscheinlich besser, wenn ich es hier voll gemacht hätte. Chicken wir mal wieder zu voreilig! Böses Chicken! Böses Chicken! Sehr böses Chicken! 3200! 3200! Hände ich das schon mal auch auf 5? Das könnte ich auch auf 5 machen. Ja, Ryodo wird hier voll bevorzugt behandelt. Hm, schade, reicht nicht mehr. Tornado. Ich könnte Tornado verbessern. Oder... Vielleicht war nach Zunge. Schleck, schleck. Oder das mal wieder, ja. Alter ist es auch noch auf 1. So, die Frage ist, was machen wir noch die restlichen Minuten? Keine Ahnung. Haben wir sonst noch irgendwelche Items bekommen? Ach, ich weiß es doch nicht. Frag mich doch nicht immer so komplizierte Sachen, wie ich den Rest des Parts füllen soll. Schaltet einfach jetzt schon ab und gut ist. Gucken wir einfach nochmal über die ganzen Items, die wir so angesammelt haben. Ob ich jemals wieder zu einem Händler komme? Niemals, niemals. Niemals, niemals. Niemals, niemals. Nämlich neue Nüsse? Nö. Nämlich. Natürlich nicht. Nämlich. Nämlich noch speichern. Dann würde ich sagen, sie muss den nächsten hoffen. Da muss der Schwiermann keine freie Nacht, wenn wir hier weiter durch Weimars Körper laufen. Und zu seinem innersten Kern vordringen wollen für die absolute Zerstörung. Zerstörung! Zerstörung! Ja, wir nehmen wir einmal auseinander! Von innen! Das muss man auch mal schaffen. Ich glaube, von außen wir auch ein bisschen... Ich hab gesehen, wie groß sein Körper ist. Also von daher... Bis zum nächsten Mal. Tschüss!